servus liebe filmfreunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja weiter geht's mit den horror oktober und endlich gibt es auch mal wieder ein paar filmreviews ihr wisst ja ich bereite mich derzeit auf freitag den 13 vor und im vorfeld dessen habe ich euch schon einen kleinen teaser trailer präsentiert wo man meinen kumpel ollie an cut als jason vor hieß sieht falls ihr den noch nicht gesehen habt guckt mal in die infobox ich werde ihn euch dort verlinken und im zuge dessen sie ich mir natürlich alle freitag der 13 teile rein die meisten sind für mich auch erstsichtungen deswegen will ich das auch richtig genießen hätte man auch im vorfeld machen können aber da wäre das horror feeling ja nicht so da gewesen und die filme sollen auch direkt zu meinen filmsichtungen und reviews zählen und deswegen auch jeden tag ein freitag der 13 teil da ist klar bleibt nicht mehr viel zeit für andere filme neben der arbeit ganz logisch aber ich habe es geschafft mir jetzt wieder zwei filme anzusehen gestern abend und heute morgen und um welche filme es darin geht oder welche filme es sich da gehandelt hat seht ihr im folgenden video wir beginnen direkt hier mit dem ersten film ihr seht das schicke steelbook hier dass ich mir im zuge der 3 für 2 aktion beim saturn gekauft habe es relativ günstig bekommen habe und bei meiner vorstellung in den neu zugänge video dazu hat man schon in den kommentaren gelesen oh gott warum der film oh gott den fand ich schlecht die anderen den fand ich voll super sehr unterhaltsam und spannend und ja da sieht man die meinung dazu ist gespalten auch in der whatsapp gruppe bei uns von den film junkies und auch auf facebook und ich wollte mir da einfach mal selbst eine meinung bilden worum geht es eigentlich in dem film für alle die den film noch nicht kennen es geht um diesen hübschen jungen farbigen mann hier der wird von seiner freundin den eltern vorgestellt die wussten im vorfeld nicht dass ein farbiger ist und kommt dann ins elternhaus dort gibt es ein paar farbige bedienstete auch die sich aber ein bisschen suspekt verhalten um es mal gelinde auszudrücken und ja der junge mann entpuppt sich dann als raucher was den eltern nicht so gefällt und dann stellt sich heraus dass der vater auch mal raucher war die mutter ihn aber dank hypnose davon gehalt hat sozusagen und so einer hypnose unterzieht sich dann der junge mann hier auch aber unfreiwillig ja am nächsten tag kommt es dann zu einem kleinen fest und ab dann und ab einer bingo runde auf einer ganz ungewöhnlichen bingo runde ab dieser wird dann klar dass es eigentlich hier nicht mit rechten dingen zugeht eigentlich heißt es ja wer hat angst vom schwarzen mann aber hier ist es genau umgekehrt sondern wer hat angst vor dem weißen männer jeder wirklich film sehr spannend inszeniert er nimmt sich zeit so die erste stunde passiert weniger aber es wird aufgebaut es wird auch viel mit rassistischen klischees gespielt was mir noch sehr gut gefallen hat war hier der beste kumpel von ihnen der brachte dann auch vor allem gegen ende hin noch richtig humor also die nötige prise humor rein aber ohne das ganze ins lächerliche zu ziehen und somit passte dann am schluss der mix von mir perfekt mit spannung und horror elementen denn am schluss geht so richtig zur sache da gibt es die ein oder andere knackige sehne auch zu sehen also während sich das ganze so ruhig aufbaut eskaliert ist richtig zum schluss hin das hat mir sehr gut gefallen denn vorher dachte ich mir der wiedersehfaktor ist nach der auflösung relativ gering so aber kann man auf jeden fall weiterempfehlen schauspielerische leistung vor allem hier durch unseren hauptprotagonisten sehr gut auch der restliche cast spielt grundsolide die lauflänge passt auch ist nicht zu lange eine fsk 16 geht völlig klar mich hat der film gut unterhalten und ich habe ihn garantiert nicht zum letzten mal gesehen und ich vergebe hier 8 von 10 punkte ja und schon sind wir beim zweiten film angelangt und wie man hier unschwer erkennen kann handelt es sich dabei um cure for wellness der wurde mir ja auch des öfteren in den kommentaren empfohlen und auch auf facebook in der film junkies gruppe wurde der schon fleißig und hitzig diskutiert auch hier spalten sich die meinungen wieder und das macht einen natürlich ein bisschen neugierig und hellhörig ich konnte mir den film dann relativ günstig für einen neuen film im zuge der 15 prozentigen rabattcoupon aktion bei müller besorgen und dachte mir den gibst du jetzt auch mal eine chance kurze inhaltsangabe worum geht es eigentlich es geht hier um einen jungen mann der arbeitet für eine firma für finanzen die möchte mit einer anderen firma fusionieren das ganze kann aber nicht geschehen weil da noch ein paar unterschriften und so fehlen für diese unterschriften berechtigt ist nur ein älterer kollege des jungen mannes hier der hat sich aber wiederum in die schweiz begeben in eine klinik wo er sich von diesen ganzen alltags und manager stress ja entledigen will und die aufgabe des jungen mannes besteht nun darin sich selbst in die schweiz zu begeben in die klinik und den kollegen zurückzuholen damit die fusion über die bühne gehen kann so im groben und ganzen die story der junge begibt sich dann in die schweiz wird von einem fahrer hoch auf den berg gefahren wo die klinik ist früher stand dort eine burg erfährte alles von dem fahrer während der fahrt wo ein baron gewohnt hat vorher der wollte aber seine schwester heiraten weil er die reinheit des blutes bewahren wollte und das hat den leuten natürlich überhaupt nicht gefallen und die haben dann die komplette burg und alles niedergebrannt und auch die schwester gemäuchelt und so die hintergrund story über dieses mystische eben ja das ganze entwickelt sich auch so zu einer art psycho mystery thriller ist aber für meinen geschmack definitiv zu lang geraten zwei stunden und 20 minuten hat kaum horrorelemente oder so gut wie gar keine der einzige war für mich hier die komplette lauflänge am ball zu bleiben und wir haben einen film von gore werbinski aber der gore faktor hält sich hier echt in grenzen wenn am schluss gibt es dann nur ein bisschen was zu sehen ansonsten kaum was das ganze ist auch sehr langatmig und langweilig inszeniert es passiert kaum irgendwas ich habe nichts gegen filme die sich zeit lassen eine geschichte zu erzählen und einen spannungsbogen aufzufahren aufzubauen wie vorhin in get out und dann mal aber dann zur sache kommen aber hier bis dann mal zur sache geht geht einfach viel zu viel zeit und dann ist es auch viel zu schnell vorbei und das gesehene ist dann auch nicht wirklich prickelnd oder jetzt so mit einem wow faktor belegt dass man sagt den gucke ich mir noch mal an also widersehfaktor sehr gering kaum vorhanden bis gar nicht vorhanden bei mir zumindest schauspielerisch ist das ganze doch recht ordentlich auch von unseren hauptdarsteller hier erinnert mich teilweise ein bisschen an leonardo dicaprio in shutter island aber da war das ganze einfach besser da besser und spannender erzählt und inszeniert hier einfach nur es plätschert so dahin und man denkt sich mensch wann ist der film denn endlich vorbei so ging es mir zumindest dass der film seine fans hat kann ich auch verstehen wer auf sowas steht ganz klar der hat damit vielleicht seinen spaß ich hatte nicht meinen spaß und deswegen vergebe ich hier auch nur sechs von zehn punkte das war es dann auch schon wieder von meiner seite aus morgen am montag geht es dann wieder weiter mit einer top 5 liste diesmal habe ich mir ja beratung mit ins boot geholt verstärkung sozusagen und worum es sich dabei handelt und um wen seht ihr da morgen wieder um fünf ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag bis dann und servus jetzt